Das ist unser Dosberg, unser Grand Cru. Es ist eine ganz besondere Situation, wo dieser Wein wächst. Es ist eine sehr schöne Bewindung dort. Die Trauben bleiben sehr lange gesund. Und gesunde Trauben sind einfach die Voraussetzung für einen tollen, trockenen Wein. Der Wein wird im großen Holzfass ausgebaut, weil er hat schon eine sehr kräftige Struktur. Und im großen Holzfass gewinnt er bei der einjährigen Reife, die er dort gegönnt kriegt, auch eine schöne Harmonie. Sodass da keine mächtige, gegeneinander kämpfende Struktur ist, sondern eine wirklich seidige Eleganz, trotz aller Kraft, die er hat. Und ich glaube, das zeichnet eine große Lage aus, dass sie große Weine hervorbringt, die aber nicht wie ein Muskelprotz daherkommen, sondern immer noch eine Finesse haben. Und das zeigt dieser Dosberg ganz wunderbar. Also man muss wirklich sagen, der Wein für einen besonderen Anlass, dann wenn es mal richtig was Schönes sein darf. Zum Wohl. Man hätte es nicht schöner sagen können. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl.